Ah, hier geht's aber nicht lang. Nicht so komische Musik, ehrlich. Go, 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 go. Aiden. Treffen wir uns mit Damien. Hier irgendwo, oder? Halt durch, Junge. Was passiert, wenn ich das spreng und das Auto steht hier drauf? Danke für deine Kohle. Ich kann das nicht sprengen? What the fuck? Dann nicht. Kein Selfie, kein Selfie. Oder fotografierst du den? Nee, die fotografiert die Brücke, die alte. Warum haben die geschossen? Wir müssen sofort die Polizei schicken. Keine Zeit für Erklärungen. Gott. Der C2S-Scan ist zu schnell. Ich muss ja unbedingt schießen. Ich will einfach, dass man schlagen kann in dem Spiel. Ich will jetzt zurück. Den kriegen wir schon klein. Boah, ich muss über die Brücke. Ich will jetzt aber noch ein paar Action-reiche Szenen hier. Wow. Alter, natürlich haben wir einen Skillpunkt bekommen. Gar nicht mal so übel. Die sehen aus, ehrlich, die sehen so merkwürdig aus, die ganzen Profilbilder von den Leuten. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesorgt, zu gefährlich. So. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Find deinen Fernseher und sieh selbst. Sie ist bei dem in der Bude. Was ist Nickys Haus? Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Du dummer Drecksack. Ich find's immer so geil, wie Nicky die ganze Zeit sagt. Was machst du denn? Wir brauchen deine Hilfe nicht. Dann will die doch nur beschützen. Ich weiß, was ist daran so falsch? Keine Zeit zu verlieren. Episch den Passanten ausgewichen, mal ohne Mist. Oh, ich nehm den Weg immer wieder. Oh, ich fall drauf rein. Was macht denn mein Junge? Er tut ihnen nichts. Ich bring ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzulaufen. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angreift. Ich muss ihn erleben. Ja, das ist ne gute Idee. Ohne Sinn sind wir auch viel besser dran. Auf die Blücke! Was stand da? Was stand da? Oh, vorbeigefahren. Damien! Ich komm nicht holen! Road Bridge! Kacke, da war die Straße noch. Nimmt hier doch alles mit. Das scheiß Tor offen. Schon da! Ach nö, die schon wieder. Sechs Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung. All das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Aiden! Nicky! Wo bist du? Nicky! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Jetzt darf mich gehören. Sehe alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Sie sind? Ist nur Nicky. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie's laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steigt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nicky. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nicky sprechen. Quit pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht. Aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Papa. Dreckiger Drecksack. Okay, Jackson können wir schon mal bekommen. Nicky wird ein Problem. Oh, wo ist hier die scheiß verfluchte Tür? Ach ja, hier eine Ecke. So, mit dem Motorrad. Wir sind in dem Spiel komischerweise nie unter Zeitdruck. Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bring Jackson so weg von den Tüfen. Dann hack ihn auch. Der schnallt aber noch nicht mal. Wo ist der nächste Stopp? Schalten Sie die Fixer aus. Dazu hatte ich gerade die Chance. Naja, dann jetzt. Kommt wieder von allen Seiten. Sehe ich schon kommen. Ja, Watch Dogs kann man auch mal schön ballern. Und einfach draufhalten, weil wir immer so viel Munition haben. Boah! Ich nehme mal eine andere Waffe. Ich nehme mal eine andere Waffe. Awesome! Wow! Wow! Voll da hängen geblieben und runter. Was für einen Weg wir noch genommen haben. Zack! Durch! Das macht schon Laune ohne Mist. Das ist geil. Damien! Damien! Okay, war ein bisschen zu viel. Das ist gut. Der war jetzt mit seinem Bein los. Kacke, ich glaube, ich komme hier nicht mehr durch. Oh! Ja! Nein! Nein! Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Mach mal so! Ich weiß, ob du mir zu helfen hast. Ich weiß, ob du mir zu helfen hast. Ja, jawohl! Der hat noch auf uns gewartet, der Zug. Aber sicherlich. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben die irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendez hier. Yolanda, hi. Hier ist Aidan Pearce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin in der Bahn mit Jax. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du bist gut. Das ist gut. Das ist gut. gezwungen in das sachen weg zu geben ich denke sie hat sich endlich verabschiedet wie schlimm ist es schlimm genug sie sollte anrufen sie wollte dass ich sie anrufe wir wollten fragen ob sie ein paar tage auf jackson aufpassen wir bezahlen natürlich natürlich ich hoffe so gut ich kann wer toll vielen dank mickey muss trauern ist hart aber es ist gut so es war schwierig aber wir kriegen das hin stimmt's okay kleiner mann wir stellen die stadt auf den kopf los geht's wohin Wohin? Halt durch, Junge. Abgeschlossen. Wir müssen immer noch Niki suchen. Mein Gott, irgendwie... Watch Dogs ist natürlich verflucht lange. Aber wir haben noch nichts, aber wirklich gar nichts so wirklich erfahren. Damien ist hier. Der braucht irgendwelche Daten. Niki entführt. Niki will die Hilfe nicht. Der komische Junge will nicht mit uns reden. Ah. Was soll's? Was soll's? Ich geh mich von der Brücke stürzen. Obwohl, da würde er wahrscheinlich total drauf gehen. Jetzt noch ein Dropkick für den Saints Row. Ich würde am liebsten mal ein bisschen Chaos machen, wie ein GTA, aber dann kriegen wir so viel Ruf abgezogen. Oh Gott. Gott. So, ein bisschen die Leute hacken. Er wartet Anruf vom potenziellen Arbeitgeber. Hat sie da hingekutzt? Ja, ihr Schlechter. Get it. Aber da ist wieder so einer. Okay, er sei ruhig da. Treib vor den. Painting. Autoscooter. Ihr seht ein Auto Autoscooter. Oh, ich hab die Ampel wahrscheinlich ausgeschaltet. Oder? Ne, glaub ich nicht, oder? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich ja. Hat Verbindungen zu Blumen. Dann gib mir deine Verbindungen zum Bankkonto und ich kann das akzeptieren, dass du solche Verbindungen hast. Dü, 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 dü. Oh, Blumenagenten sind äußerst geschickte Äcker, die sich unterziehenden Zivilisten verbergen. Blumenagenten können erkennen, wenn sie versuchen, ihr Rennings zu hacken. In diesem Fall versuchen sie, wenn sie erfolgreich Meldungen gemacht haben. Bla, 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 bla. Wir Blumenzentrale. Was gibt's? Hey, ich hab einen für euch. Der Typ hat mich gehackt und gar nicht gemerkt, dass ich ihn beobachte. Gebt ihn als Auftragsziel raus, schnell. Alles klar. Wir stören seine Firewall und geben ihn als Auftrag raus. Sein Kopfgeld wird hochgesetzt. Tja, wie die Alte rennt, ey. Oh Gott. Oh Gott, ich hab einen ganz schweren Fehler begangen, hä? Ja, da kann ich dir nicht einen rüberziehen. Ich find das so blöd. Fuck. Ja, sehe ich auch so. Hey. Oh meine Nein, lassen Sie mich. Ich verschwinde, mein Lieber. Ich hatte keine andere Wahl. Wir sind... Ach, shit. Ja, Kopfgeld wurde hochgesetzt. Jetzt... Mir egal. Jetzt bügeln wir schon hin. Boah, was ist das denn für ein kräftiger Motor? Oh. Das ist relativ cool, diesen Eint eigentlich. Sieht schön aus. Ah, bin die nächste Mission. Wow. Oh. Haha. Oh. Ah. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017